Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft auf dem GOMMA-D-Server. Wir spielen Rage Mode mit ein bisschen Musik. Musik ist in der Beschreibung. Und ja, jetzt werden wir ein paar Nooks destroyen. Ok. Ein schöner Platz ist das. Das ist kein Schuss! Das ist kein Schuss! Das ist kein Schuss! Shit! Ah, ich mach's nicht fertig. Nein! Shit! Aber warte mal... Diese Map ist ziemlich geil. Shit! Ich wusste, da war jemand hinter mir. Na gut, ich hab's nicht gefehlt. Shit! Shit! Junge! Was ist heute los? Junge, habt ihr das gesehen? Das ist doch nicht mehr menschlich, oder? Das ist doch nicht mehr menschlich! Das ist doch nicht mehr menschlich! Junge, das ist doch nicht mehr menschlich! Ich hab drei Exorcien geworfen und er hat überliebt, Alter! Das ist doch nicht... Das ist doch... Das ist doch nicht mehr menschlich! 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 Alter, habt ihr das gesehen? Das war menschlich, Alter. Übermenschliche Fähler, Alter. Was für ein Hacker. Was für ein Hacker. Habt ihr das gesehen? Alter, habt ihr das gesehen? Ich habe drei miteinander mit dem Schwert gekippt. Das ist gut. Okay, jetzt mache ich Speed-Bonus. Shit, Junge, da war jemand mit der Axt. Shit. Shit, Alter. Ich konnte ihn nicht hinten aufsehen, in einem Grund. Irgendwie habe ich noch getötet mit der Axt. Shit. Was? Ich wurde von der Axt gekillt, nicht von wieder. Shit, Alter. Der X-Frau hat recht gewonnen. Aber war... Shit, Alter. Okay. GG. War ein nice Spiel. Jetzt geht es gleich weiter. Ich würde sagen, es ist eine Runde Fat Wars. Aber erstmal, das war's für die Folge von heute. Musik ist in der Beschreibung. Wir sehen uns.